So, wir haben gerade kleine gelbe Tierchen gerettet. Und ich glaube, wir haben eine neue Sternenkarte bekommen. Genau, Risikosystem 5. Und dann würde ich doch sagen, gehen wir nochmal zu diesem alten Typen da, dem wir vorhin schon mal so eine Karte gegeben haben, und gucken, ob wir noch einen Planeten retten können. Genau. Hallo! Hallo! Ich habe eine Sternenkarte für dich. Hey, Spaceweaver, can you take me here? Na? Vielen Dank. Ja. Mhm. Er hat auch den besten Job hier, oder? In 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Juhu! Ich hätte eh nicht applaudiert. Vielen Dank. Okay, können wir jetzt mehr kleine süße Tierchen retten? Oh, no. Was muss ich noch mal machen? Ach ja. Got you. Wo sind noch mehr Tiere? Deine Mutter. Ja, mach ich doch. Da unten war doch was, oder? Ja, ja. Juhu. Ich bin die Größte. Und hier noch. Das macht voll Spaß. Was, noch mehr? Oh ja. Bin gleich da. Oh, der bewegt sich auch noch. Ähm, warte mal. Nein! Jetzt aber. Okay, das ist enough. What do you mean, that's enough? I mean, enemy ships are approaching. I don't see anything. I need to save this last one. You're going to endanger the whole mission to save one creature? Ja. Just give me a second. Natürlich. Halt die Klappe. There is no need for this. Ich rette alle. It's just one creature. Ja, aber... Nein. We've saved more than enough. Wo ist es denn? Ach da. It's not worth the risk, boy. Doch, ist es. Halt die Fresse jetzt. Halt die Fresse jetzt. Cut it loose. We need to retreat before... Uh-oh. Attention. Ship is under attack. What happened? Uh-oh. Probably one of the enemy vessels I warned you about, remember? Oops. We need to get that last creature. Too late. The ship is retreating under autopilot to a safe location. And we're completely locked out of the controls. Ja. How are we going to perform any more rescues? We'll have to find another way to hack into the boom arm controls. And another way to bring the shields down at the right time. And who knows, if we'll be able to navigate to the right system now that the ship's on high alert. The ship's computer must be freaking out right now. Oh, yes. As soon as the alarm sounded, the first thing she probably did was check on you and your... Hey, wir haben doch einen Dummy da liegen. Ist alles gut. Woo! Wir hatten einen Dummy da liegen. Nein! Nein! Oh, thank goodness. Don't worry, sweetie. Um, something... Attacked the ship, but Mommy's taking care of it. Nothing to worry about, okay? Ja, ja. Toll, Mami. Kann ich dann jetzt weitermachen? Boah, die geht mir irgendwie auf den Sack, ne? Was machen wir denn mit der... Der Dummy ist irgendwie kaputt gegangen, glaube ich. Puh. Better get back to Merrick to hear his plan. Ja, den Dummy hast du jetzt irgendwie... Ich weiß nicht. Kaputt gemacht. Schiff wird angegriffen. Alles in Ordnung. Was soll man denn hier glauben? Können wir jetzt hier vielleicht mal ein bisschen auch rumlaufen? Okay. Na gut. Geh doch da rein. Dann gehen wir nochmal nach dem Fixchen schauen. Was der Gemeines für uns hat jetzt. Wenn wir noch mehr Viecher retten sollen. Hallo, da bin ich. Wie können wir die Kontrolle über die Frachtgreifarme übernehmen? Wie können wir die Kontrolle über die Frachtgreifarme übernehmen? Oh, vielen Dank. Die Overmother. Okay, Schilde. Und was ist mit dem Notsignal? Wie lange lebst du eigentlich schon hier? Uh. Bist du wirklich ein Wolf? Oh, das ist ein Wolf. Ich dachte immer, das wäre ein Fuchshaar. Ups. Bist du wirklich ein Wolf? Nein, ich wear this disguise to blend in with your other stuffed animal friends. Weird. Äh. So, that's a Wolf suit? What are you underneath? I am what I do. A rescuer of creatures that need. Just like you. Okay. Warum muss ich alles entscheiden? Warum muss ich alles entscheiden? Natürlich. Na gut, dann legen wir mal los. Äh. Greif Arme und Schilde. Okay. Ja. Hab ich. Gut. Jetzt können wir uns hier also frei bewegen. Ich hoffe nur, dass die Sonne uns hier nicht ständig auf den Sack geht. So. Was haben wir eigentlich hier? Guten Tag. Ach, überall diese lustigen Smilies und alles ist so glücklich und... Eieiei. Wo sind wir denn jetzt? Oh. Da ist ein Löffel drauf. Oh, da geht es direkt auf. Dann gehe ich mal gucken. Ah, das ist die Küche, ne? Was haben wir denn hier? Ein Messer? Ja. 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 Nimm es. Ey. Daufe Sonne. Okay. Kopfhörer für diesen Fusionsgedöns. Eine neue Sternkarte. Ein Messer. Was war das nochmal? Ach, den haben wir draußen gekriegt, ne? Okay. Nur Notration. Möchte ich eine? Emergency Rations? I think that's overreacting. Ja. Diese Sonne ist sowieso generell overreacting. Okay. Und? Why am I wasting time in this kitchen when I could be out in space? Ja, ist ja gut. Jetzt wird man ja auch noch blöd angemacht. Gehen wir halt weiter. Was ist hier? Guten Tag. Huh. Huh. Kann diese Sonne sich nicht mal raushalten? Nein. But what she didn't realize at the time was that it was a great honor. Please. I've heard the story of the Sacrifice Girl a million times. I know the ending. Sacrifice Girl is you, right? What I'm trying to tell you is that I made a hard choice, but I regret nothing because... Great story, computer. I'm sorry, they programmed you with someone's sad memories, but I have to go. You know the truth deep down, son. And I know you'll appreciate my words someday. Aha. Brother. Ja, die Sonne ist schon nervig. Was ist das denn? Aber, ähm... Irgendwie tut sie mir auch gerade leid. Eine grüne und eine blaue Tür. Fangen wir mal hier an. Guten Tag. Ach, du Scheiße. Wie sind wir denn jetzt? Oh, das wird so ein Labyrinth gedöhnt. Äh. Was? Äh. Okay. Wee! Wee! Wieso wird man hier von allen Seiten nur angekrackt? Nur die Sonne ist nett zu uns. Okay, hier gibt es jede Menge Zeugs. Was? Oh, guck mal, der näht ein Teddy zusammen. Ach, wie niedlich. Äh. Ich hoffe nicht. Oh. Können wir das anziehen? Oh, passt nicht. Aber dein Kopf ist doch gerade geschrumpft. Vielleicht müssen wir uns einfach ein bisschen öfter, ähm, teleportieren. Will ich mir das alles angucken hier? Äh, okay. Ist das ein Oscar? Ah. Ach, er ist auch so deprimiert. Alle sind sie deprimiert und komisch. Wo geht's hier lang? Äh. Hallo! Ja, ist doch nett. Können wir da noch mehr spielen? Achso. Natürlich. Ganz genau dafür ist das gedacht. Ähm. Das war ein merkwürdiger Raum. Wo landen wir jetzt? Ah. Jetzt sind wir wieder beim Füchschen. Ich verstehe.